Hmm, immer noch sehr angeschlagen, der arme Link, der fast den ganzen letzten Part hindurch, obwohl er auch einmal das Zeitliche gesegnet hat, aber ist egal, wir kommen zurück und ich muss jetzt hier erstmal weiter knobeln und rätseln, wo ich hier lang muss und, wartet mal, kann ich das Ding nicht irgendwie, ne ich kann ja, ah da guck mal da, sieht ihr, da ist doch irgendwie was von wegen da oben, von oben drauf springen oder so, aber irgendwie kann ich hier nirgendwo festhalten, das Rohr da ist auch durch, da sind Fische, das Rohr führt sonst wohin, hm, das Fischmaul da, da war ich eben, tja, was tun, da ist guter Rat teuer, äh, ich kann auch von hier das Ding nicht anvisieren, ne, 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 eindeutig von oben drauf springen, ja, aber erstmal nach oben kommen, ist ja die Sache, da hinten das Ding, ach man, ich kann doch springen, mein Gott, ich kann doch meinen Wirbeltwist machen, genau, na, da hab ich echt wieder gerade, wow, halt, 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 Wirbeltwist, gut, jawoll, mein Gott, so, ich hab mal wieder ein Herzchen hier, na, okay, wenigstens schimmert, klingt nicht mehr rot, gut, Leute, das geht weiter, das Ding hier, angepeitscht und umgetwistet, dann kann ich irgendwie, die Schlangen, ich will die, ah, wenn du nichts holst, wird immer knapper, aber ich will die Spinne da weg haben, boing, so, okay, und jetzt mal gucken, ne, gleich auf der richtigen Seite, jo, ne, 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 hier kann ich wohl, wow, na, zack, und, na, u, u, zack, wow, komm schon her, ursel, man, Mann, 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 ey, mein Gott, nein, das Herz ist weg, gut, na, dann sprich mal einfach auf, umgedreht, ja, umgedreht, komm schon herzteil, vielleicht ein herzteil, na, geben wir den guten Lust, da klingt heute ein Herzteil, weil er sich so anstrengend, so, hallo, 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 äh, kein Herzteil, einfach hier so lang schwimmen, einfach durch, ausgewichen, oh, scheiße, wow, äh, ja, hallo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh, ach, auf der anderen Seite, okay, dummdi, 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 dumm, von oben, oder, die Feige? Zack, Herz, oh, drei auf einmal, das ist sehr schön, so, Peitsche rausholen, linkt wieder Salomaso-Fan jetzt, zack, Ah, na, na toll, gerade jetzt, okay, das sieht jetzt wohl als, ah, ne, mussten wir sehr machen, ja, ist okay, ist okay, na, dann, wieder da hinten hin, Oh, das war schön, genau durchgetaucht durch die grünen Dinger, da, ui, dummdi, dummdi, dumm, 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 Und, na, ein Hoch auf dem Wasserdruck. Gut, dann wäre das ja auch erledigt. Eine Truhe irgendwo verpasst? Nee, aber wir kommen jetzt gleich zu einer. Das war aber nur eine kleine Truhe, die habe ich von Weitem schon sehen können. Herzchen, Herzchen. Gib mir Herzchen. Wo, Herzchen? Nö, keine Herzchen. Erstmal da oben. Na, zack. Geil. Genau. Hallo. Truhe? Wo ist die Truhe? Wuh. Komm, Maria. Na. Was ist jetzt los? Draust du dir oder was? Komm her. Ah, jetzt hat er sein. Schwanz ausgefahren. Alter, voll den Hintern. Da. Das heißt, bin ich hier irgendwie immer noch nicht ganz hintergekommen, was die alle meinen, mit Nacken und Rücken. Das habe ich selbst einmal gebraucht. Äh, ich muss niesen, Leute. Verzeihung. Ähm. So. Erstmal hier runter. Oh nein. Ähm. Iiii. 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 Ach, die tut mir ja gar nichts. Ach, ich dachte, ich sterbe dann richtig. Lenkt mal schnell. Oh nein. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, okay. Nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Hä? Hä? Gut, wieder rauf. Hä? Hoppa. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Ist irgendwas auf dieser komischen Rissform? Ah, da ist die Truhe. Da ist die Truhe. Ich habe echt gedacht, die Spinnen, die... Die ganze Zeit habe ich gedacht, die Spinnen, die greifen mich an. Aber guck mal, die heften sich hier ran. Ich schüttel sie einfach ab. Und wenn ich Glück habe, fallen die sogar runter. Oh, ey. Nach Green of Time war alles viel härter. Doodly-dai. So, ich glaube, wir sind aber bald durch, wa? Lange dauert es ja anscheinend nicht mehr. Der Tempel, ja, ist soweit schon fast erforscht hier über die Wills mächtig und so. Oh, halt, Link. Oh, Mann, springen. Der reagiert auch nochmal nicht. Der reagiert auch nur, wenn ich will. Okay, dann haben wir eine kurze Pause. Nächstes Mal habe ich mir, glaube ich... Ich habe ja auch eine Kappe benutzt wie Flaschen, das ist ja das Doofe. Sonst irgendwie hätte er ja nochmal mehr Ausdauer und so was alles. Und so ein Stärketrank und so, aber klappt der nicht. Aber... Link muss ja hier unbedingt einen auf Alter-Ihr machen. Gut. Schön. Und wieder. Herz. Und... Gestrüpp. Und Herz. Und Fontäne. Raus mit dir. Zack. Hatte Ding, die schläft bald von da was an. Ah, okay. Eine Abkürzung. Gut. Sind wir mit zufrieden. Kann man immer gebrauchen. Noch ein bisschen hier. Ein bisschen Herzen will ich jetzt mal ja nach haben wollen. Aber hier gibt es nur so viele. Da, Zwele. Ja, wir sind fast wieder voll. So, was ist das jetzt für ein Riesenhebel? Na. Zack. Und zieh. Hey. Na. Ja. Und zieh? Geht nicht. Äh. Das geht irgendwie nicht. Äh. Das muss aber gehen. Es kommt wieder so ein klassischer Fail, wo man denkt, es geht nicht, obwohl es doch geht. Äh. Ey, was zum... Achso. Ne. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss das so ziehen. Klappt aber nicht. Äh. Leute. Ich will mich doch alle wieder verarschen. Da kommt da Wasser raus. Aber was bringt mir das? Ich will ja vielleicht darüber. Zu dem Scheiter. Ja. Was soll denn das hier? Hier. Zack und zieh. Klappt nicht. Du, jetzt. Ey, was ist das bescheuert? Okay. Oh, oh. Ach du, meine Güte haben wir jetzt ausgelöst. Das bescheuert. Klappt mal. Mal klappt es nicht. Äh. Boah. Das ist echt eine Riesenfigur. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Noch voll weg. So, kann ich jetzt vielleicht auf die Hände? Vielleicht sind die Hände ja jetzt friedlich. Ich probiere es mal. Oder eigentlich ist es auch sehr schnell vorbei. Pass auf. Yo. Ah, okay. Aber so geht's. Man muss da echt vorbeisausen. Wartet. Wartet. Jetzt. Ja, Mann. Hm. Uff. Ach. Wartet mal. Ich will das Geld haben. Ich brauche die ganze fette Kohle. Let's go. Jawoll. Ach, das muss man so ja machen. Ne. Jetzt ist die Faust für immer zu. Warte mal, das war. Ja, das war ja auch zum Glück der rechte Handrücken. Aber ich habe den Nacken vergessen. Und den richtigen Rücken vergessen. Das hat mir doch wohl keiner übel nehmen. Nein, nein. Hoa. Jawoll. So. Jetzt zeigt er mir den dicken Daumen hier. Das hat die Hände gebracht. Voll geil. Okay, gut. Jetzt, jetzt. Ja, was muss ich jetzt machen? Am besten wieder in den Eingang da. Na los. Na los. Na los. Ähm. Und spring raus. Gut. Hier mal rein. Das ist jetzt hier irgendwie was getan. Ähm. Ne. Hier sind immer noch die Fontänen. Komm ich jetzt irgendwie vielleicht... Ne, wie soll ich denn jetzt da... Was sagt denn die Karte? Soweit alle Truhen gecheckt. Ich muss immer noch da hin. Äh. Ja, wie muss ich da jetzt hinkommen? Nur wie. Kriegen wir raus. Kriegen wir raus. Und dann ist es ja schon... Vielleicht ist ja der Endbosskampf, äh... Quasi für den Schlüssel. Und dann machen wir den Schlüsselbuss auf. Und dann haben wir gleich die Truhe. Äh, aber wie denn zum Teufel? Da oben ist noch ein Schalter. Wie komme ich da hin? Da oben sieht es aus, dass noch Wasser rauskommt. Wo muss ich jetzt hin? Mal wieder... Kurz die Abkürzung benutzen. Hm. Noch kurz überlegen. Da muss er überlegen. Hört zu... Wow! So. Ja, schön von hier oben gucken. Das ganze Ding ist jetzt weg. Wartet mal. Ich gucke mal kurz mit meinem Käfer nach. Der soll mir mal kurz sagen, was da los ist. Wie es da drin jetzt aussieht. Hey, da oben ist ein Ventil. Da oben sind mehrere Ventile. Okay. Echt voll. Ach, das ist die Tür. Die Tür müssen wir aufmachen. Okay. Okay. Hier komme ich da rüber. Ich will da rüber. Peitschen bringt nichts. Ist zu weit entfernt. Kann ich das Ding nochmal hochpeitschen? Oh. Oh. Ach, guck mal da. Da ist die Tür. Achso. Okay, okay. Ich habe es gesehen. Da war gerade die Tür. Oh, da war ich doch schon. Ist das da eine? Ach, nee. Äh. Okay, halt. Warte mal. Warte mal. Nee, lenke jetzt runter. So. Vielleicht ist... Der Kopf geht jetzt so weit runter. Da ist da ja eine neue Tür. Ja. Da, wo wir vorhin gedacht haben, oder letztes Mal gedacht haben, ich komme da aus dem Ohr raus. Nee, gehe ich jetzt einfach mal da gucken. Ist mir jetzt scheißegal. So, gehe ich mal einfach... So, aber nach ganz oben. Wo ich ja eigentlich den Schlüssel brauche, ne? Aber okay. Ist okay. Das ganze Ding hat sich mitsamt dem Teil gedreht. Hui. Nee, was ist denn bloß hier? Hier schon, ja. Hm, und ganz unten? Autsch. Feinbruch. So. Jetzt bin ich ja bestimmt hier ganz nach unten gefahren. Jetzt ist hier vielleicht was anderes. Ah, jawoll. Okay. Letzte... Alter, wie sieht es denn hier aus? Oh, was sind denn das für... Alle... Oh! Zombie-Goblins! Ist ja geil. Zombie-Goblins, Alter. Scheiße, Mann. Oh. Okay. Oh, oh. Link, das ist nicht gut. Link, nicht gut. Nee, wer denn immer mehr, oder was? Oh! Okay, es sind zombies. Kann ich dich überhaupt töten? Nö. Äh. Alter, wie geht es aussieht, Mann? Ey, feitschie. Äh. Was ist denn das denn? Oh mein Gott, Alter, wo bin ich denn hier? Was ist aber da oben? Ist so schön friedlich und schick aus. Hier unten ist die Hölle los. Wortwörtlich. Boah, hier sieht es ja aus, Alter. Ist ja krass. Voll einer Lava-Monsun hier, ey. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, ich glaube, wir sind genau richtig, um den Park wieder mal richtig, richtig fies zu beenden. Und dann im nächsten Park mal zu checken, was hier überhaupt los ist. Wer hier Remi Demi will. Oh, zack, umgedreht. Ich bin das, was er sieht nicht gerade gesund aus. Warte mal, das ist die letzte Truhe. Aber er sagt mir, ich muss hier hin. Freunde, ich würde sagen, Feuerfeder Mäuse. Das würde ich nicht sagen. Im nächsten Part dann wohl Time for the Final in diesem Dungeon, denke ich mir mal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mann.